Ist das ein Grund, warum ich mal Lastpick bin? Du bist zu schlecht. Ja. Ah, du kannst ja so... Das hab ich jetzt erst gesehen, dass man das mal sortieren kann. Oh, ich kann zwischen Daily Missions und Chapter Missions umschalten. Oh, cool, dann muss ich nicht mal da hinko gehen. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Ja. Nix, 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 nix. Der nixpick, okay. Oder ich hab grad kein Level abgekriegt, weil ich noch... Oh, erzähl mir nicht, ich hab... Irgendwie wieder 5 XP, die dir fehlen. Ja. Kannst immer noch nachgucken, glaub ich, rechts unten, oder? Nee. Naja, da steht da nichts. Okay. Ich seh nur ne volle Leiste. Äh... Warum? Versuch's jetzt nochmal, oder lass ich's sein. Die haben Helio gebannt, warum? Ich versuch's nochmal. Die mögen wohl Helio nicht. Und zu Ren gepickt, es gibt keinen Dash Support mehr. Also, Quark haben wir gebannt, und die haben Surren gepickt. Nimm ne Aurora oder sowas, geht auch immer. Ach nee, Aurora, wir haben doch schon Support, du musst Frontliner spielen, seh ich jetzt. Ah, ich weiß doch nicht welchen. Karrison oder Titos? Was ist ein bisschen Face Rearranging? Hm. Da ist glaube ich ein Bug drin. Jetzt darf ich nicht mehr freischalten, what the fuck. Ich tippe darauf, dass es schlapper, plapper und deutscher ist. Ich tippe darauf, dass es schlapper 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 ist. Oh, guck mal. Der Zufallstreffer. Ich tippe darauf, dass es schlapper ist. Ich tippe darauf, dass es schlapper ist. Ich tippe darauf, dass es schlapper ist. Die cool aus. Oh, da stehen jetzt alle zusammen. Finde ich nicht interessant. Don't worry! I brought enough for everyone! Guck guck! I'm leaving you a present Da steht also um die Ecke und da drum, okay Oh, wie ist ein Waze? Target impaled, in the middle Party! Oh, der war böse Mhm Die Suki hier direkt von mir stört mich ein bisschen Na, ich verfolge die mal ein bisschen Ich hoffe die bewegt sich irgendwo anders hin Ich weiß nur, wo du guckst Nochmal Hahahaha 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 Deswegen hab ich den Mod auch drinnen Ich mich den Torn zweimal sehen kann Hahahaha Ich den Torn zweimal sehen kann's auch geil Okay, 35 für das Team Suren ist tot Aber wir sind auch nicht so Heiler Ehhh Vor allem, da unser Heiler am Arsch der Welt steht Und überlebt trotzdem Und da ist auch unser Nix halt tot Und da ist auch unser Nix halt tot Ich glaub ich muss mal ausweichen Oh, ich krieg Heilung Suren kann halt immer noch ausweichen Ich bin so gut 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 Wir sind ja irgendwie grad ein ausseres Spielfeld Das ist nicht so geil Meine Lippe sind geschehen. Ich hoffe ich treff's. Ich hoffe ich treff's. Ich hoffe ich treff's. Aber es vermutet, dass es zu dir daschen wird, weil er nicht daschen konnte. Hm, er hat mich wieder revealed, oder? Ja. Ja. Nope. Dumme ist, ich bin sowieso tot. Und ich komm nicht bis hin ganz, ey. Mega kacke. Wirklich wieder heilung? Wirklich wieder heilung, dass ich halt doch ausweichen kann. Aua. Tutschen deine Fallen aber auch richtig gut. Hm. Der ging halt auch so. Mit ner Ulti. Dort schon jemand in der fucking Fallen. Wir sind noch ein bisschen hart in den Oz reingerannt. Der konnte uns da zu sehr auseinandernehmen, würd ich behaupten. Ich werde mich recht, wenn ich mich für das Ganze ruhe mache. Entschuldigung? Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja ich jetzt hier. Soge ich euch lern. Und da kann ich das rausgehen. Nein... Ich bin ja auch hier. But dann, sieh'n ra. Ich bin ja. Tja, irgendwie läuft das nicht. Ähm, sie muss irgendwo hier stehen oder da. Die Suki. Die hat niemanden geheilt damit. Da ist ne Ulti. Ready. Wäre jetzt nicht ne Ulti ganz geil gewesen von Nix? Oh, macht er noch, okay. Huh. Haha, made you look. None can rise against me. Here's the punchline. I'm trouble with a capital me. Oh, more sneaking and stealing and fun. Okay, du weißt dem aus. Mhm. Wo gehst du hin? Da oben zu dem. Du gehst zu Osten? Ja. In sein Feld. Ja, der steht da noch. Ja, ist schon klar. Bam. Boah. Ja, aber mal ein guter Prozentschild. Boah. Hm. Ich kann aber auch nicht tauschen. Das ist wieder so ein Quatsch für mich, wo ich nicht Ulten brauche. Und die alle im Arsch der Welt stehen. Ich weiß nicht. Läuft nicht. Hm. Holt mir wenigstens noch ein paar Lebenspunkte. No. Oh. Wir laufen. Wir laufen. Ich sag ja einfach irgendwo hin platzieren. Was war? Sleep tight. Klaus die Heilung weg. Gibt's ja gar nicht. Ihr war keine Habsicht. Ich wollte ja ihn nicht treffen. Hm. Okay, er will jetzt shielden. Alles klar. Hier ist mein Payday. Also, er wird shielden in meine Richtung, ne? Zumindest ist es sehr wahrscheinlich für meine Ulti. Sag ich doch. Oh, nice. Das war auch tot, aber... Haben sie überhaupt noch einen Kill bekommen. Also, wir kriegen ja gerade richtig auf die... Was soll denn wieder zu wohnen? Nee, 56 Schaden. Guck mal an, wie viel Damage der... Ausgemacht hat. Wir haben uns richtig schön in seinen Bereich gestellt. Was? Es ist schon wieder Ulti, schon. Was? 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 Na, wo geht er hin? So habe ich nicht damit gerechnet. Das ist kacke. Ich muss sie gerade so da mitten reingehen. Aber ich nicht damit, dass sie sich mitten auf den Platz stellt. Aber du stirbst jetzt wahrscheinlich, ne? Ah, ich kann ihn doch wegdashen. Müsstest aber tun, dann. Ich halte sie auch da fest. Ich bin mir nicht, ob das schlau ist bei ihr. Sie kann um sich herum angreifen, damit zwar an sich schaden. Na, weiter komme ich auch nicht weg. Und fallen wahrscheinlich nicht gegen aus. Ja, du hättest besser schlafen. Knapp. Oh, du stirbst glaube ich trotzdem noch. Ja. Damit. Oh, ist auch eh. Ist halt nicht ausweichbar. Wir haben zu wenig Druck auf Ars gemacht. Und standen ganz daneben seinem blöden Wichsklon. Ah, das ist kacke. Der hat es hart durchgecarried. Aber ich habe meine Celeste-Matches durch. Ah, jetzt habe ich die Looten weggekriegt. Das ist ein, die Mais ist kacke. Und dann sind das, was... ...kacke. Vielen Dank.